Öl rein und alles! Oha, da spritzt alles den Motor! Jetzt! Alter, Gas! Das ist schon schnell und jetzt! Verkackt, Alter! Michi verkackt, jetzt muss ich löschen! Heute ist mein Geburtstag! Nein, du sagst gar nichts! Schneiden! 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 Nicht schneiden, tragen bitte, Alter! Ich hab Geburtstag! Das ist schon schnell! Jetzt gib mir an! Wille! Lass mich fahren, ey! Lass mich, Alter! Der macht Video, der macht Video! Nee! Aber langsam! Merd, zieh Helm auf! Langsam, Merd, langsam! Merd! Merd! Oha, der geht nicht mehr Gas, Junge! Der geht Gas, Junge! Du bist so schwer! Anschlag auf! Ey, du fließend, der Merd! Dirk, du Merd! Fahrt langsam! Rauch! Lass mich mal! Warte mal, hey! Warum kann man bei dir nicht bis zum Anschl- Hau, Jus! Ruf! Hey, wenn... Warum ist das so, wenn man gleich am Anfang... Weil... Weil das Ding, der ist halt getrosselt und elektronisch und die Sache halt... Ruf! Hey, pass auf! Es ist rot hier! Also, Trajan, du fährst einen Heuer! Ich... Mein Roller ist weg! Ich bin weg! Pass auf! Hallo, ich fahr doch nur so runde kurz. Bei mir zieht der richtig. Ich hab ihn hier noch ganz kurz eine kleine Runde. Lass ihn hier doch fahren. Nein, er ist zu lang. Oha! Ragan gleich Gangster. Wie der aussieht. Der trägt Gröns. Ragan, du kannst Bröse loslassen. Der trägt Blinker. Halt an, es ist rutschig. Wenn er jetzt runterrutscht. Ragan, langsam. Der rutscht runter, ich seh's schon. Ragan! Der fährt durch Schnee. Warte, Ragan! Ragan, komm her! Halt jetzt an, halt an, ey! Ragan, das stimmt. Heute ist mein Geburtstag, 20. Mai. 12. 2009. Wir sind bei Mac. Bei Aldi. Pascal Seirola. Ein Tag alt. Aldi, ciao. Lass es! Stopp, Aldi!